Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und Schalke macht ja immer zwei Tage vorher die PK Und heute haben wir wieder einiges zu besprechen Mein Name ist René Preuß Für alle, die meine Stimme nicht erkennen Und ich mag das gar nicht so, mich selbst vorzustellen Aber ich mag es meinen Schalke-Experten Der Ruhrnachrichten und des Medienhaus Bauer Heute wieder vorzustellen Und zwar Norbert Neubamm Hallo und Glück auf Norbert Gefühlt ist es mal ein Podcast, wo ich positiver reingehe Ohne irgendwelche Ach du Gott, heute müssen wir wieder so ein Kack-Thema ansprechen Und müssen wieder bohren, nachgreifen Und das wollen wir ja alles gar nicht Das wird heute ein Bestandteil unseres Podcasts sein Die Medienberichterstattung in den letzten Tagen, Wochen Das 2 zu 0 nach Nürnberg Nicht, weil sie 2 zu 0 gewonnen haben Und drei Punkte geholt haben Auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben Macht mir persönlich Sehr viel Mut Für die letzten fünf Spiele Und diese ganz, ganz, ganz große Angst Abzusteigen ist Weg Aber noch da Aber nicht die ganz große Angst, nur die kleine Also die Die Situation hat sich ja nicht viel verändert Wir sind auf Platz 12 Wir haben ein bisschen mehr Punkteabstand Aber es sind ja immer noch fünf Spiele Und wir haben auch noch ganz viele Mitstreiter Aber ich bin beruhigter, Norbert Wie sieht es denn bei dir aus In deinem Gefühlsleben? Also du hast nicht mehr die große Flatter Sondern die kleine Flatter Die kleine Flatter Ich muss, gestatte mir einen Hinweis Ich muss, ich habe es dem Tim versprochen Ich habe ja den letzten Podcast mit dem Tim gemacht Und ich habe da ziemlich einen Unsinn erzählt Und das möchte ich heute ganz kurz eben gerade rücken Sonst vergesse ich das wieder Wurde das auch thematisiert in den Kommentaren von unseren Usern? Oder ist dir das selber aufgefallen? Es ist mir selber aufgefallen Es ist mir selber aufgefallen Weil ich tatsächlich nochmal nachgerechnet habe Es geht immerhin um schlappe 100 Millionen Euro 100 Millionen Euro Ich finde, das ist ein Betrag Da muss man dann schon drüber reden Ja Wir hatten ja beim letzten Mal über die Knappenschmiede gesprochen Über die Entwicklung Und da habe ich mal kurz hochgerechnet Und gesagt, seit So seit dem Transfer von Manuel Neuer So der erste große, dicke Transfer aus der Knappenschmiede Hätte Schalke insgesamt 300 Millionen Euro An Spielern aus der Knappenschmiede verkauft Welcher Zeitraum? Bestehende Knappenschmiede? Im Grunde seit Manuel Neuer Das war eigentlich so der erste Mit richtig großem Transfererlös Vorher war es zwar auch noch Mesut Özil Aber der hat nicht so viel eingebracht Also seit 2011 im Grunde Ich kam auf 300 Millionen Euro Da sind aber ein bisschen die Geule mit mir nicht gegangen Muss ich gestehen Es sind nämlich nur etwas über 200 Millionen Euro Das nur jetzt in Anführungsstrichen Ist auch noch eine ganze Menge Geld Aber ich fühle mich trotzdem In der Pflicht Das jetzt klarzustellen Und wenn wir irgendwann mal darüber reden Was denn mit den 200 Millionen Euro Alles so passiert ist Dann können wir wieder einen eigenen Podcast Zu dem Thema machen So das jetzt aber Das denke ich auch Und ich gehe auch davon aus Wenn man dann noch die Zahlen nehmen würde Die man hätte erwirtschaften können Mit Spielern aus der Knappenschmiede Ich glaube da wären die 300 Millionen Auch nicht ausreichend gewesen Nee Wenn wir die Ablöse Wenn wir die Spieler dazu rechnen Die Ablöse freigegangen sind Wenn man für die mal so eine fiktive Ablöse Sich überlegt Dann kommst du da locker auf Insgesamt auf 300 Millionen Euro Aber die Vielleicht hattest du das einberechnet Nee, nee, nee Nein, nein, nein Da muss ich Den Schuh muss ich mir anziehen Ich hatte die Die ablösefreien Spiele Hatte ich schon berücksichtigt Ich hatte aber irgendwie die Zahl 300 Millionen im Kopf Aber tatsächlich sind es 200 Millionen Euro So, das haben wir jetzt klargestellt Deine Frage war Die nach der kleinen Flatter Ja, meine Flatter ist klein Wie ist deine? Ja, sie ist auf jeden Fall auch kleiner geworden Ganz klar Karin Leratz hat es ja heute im Grunde ganz gut gesagt Auf der Pressekonferenz Er hat gesagt Das wäre allerdings jetzt der größte Fehler Den wir machen könnten Wenn wir jetzt denken Wir hätten es im Grunde schon geschafft Und fahren nach Elversberg Verlieren Und stehen im Grunde wieder genau da Wo wir vor dem Nürnbergspiel Im Grunde auch standen Und recht hat er Das ist so Also so groß ist das Polster Dass man jetzt Ganz einen auf entspannt machen kann Natürlich noch nicht Jetzt bringst du mich schon fast in die Bredouille Unser Ein Thema anzureißen Was ich erst in der Mitte des Podcasts Eigentlich anreißen wollte Aber Wir können es ja vielleicht jetzt Doch schon anreißen Während mein Telefon klingelt Mein geschätzter Arbeitskollege Der mich permanent anruft Aber Ich ihm gesagt habe Ich bin locker bis 16 Uhr nicht erreichbar Das interessiert ihn nicht So Ich weiß Ich habe das schon öfter getan Wir haben den Tabellen Oder ich habe den Tabellenrechner mal angeworfen Weil du ja gerade gesagt hast Wir fahren jetzt dahin Voller Euphorie Wir haben auswärts Einen Punkt geholt gegen Hannover Dann haben wir drei Punkte zu Hause geholt Jetzt fahren wir nach Elversberg Die ja wirklich Probleme hatten Und dann schubs die Wups Hauen sie letzte Woche St. Pauli weg Und haben quasi St. Pauli vom Thron gestoßen Ja Absolute Hammer Lagen glaube ich Zweimal zurück sogar Und haben dann noch gewonnen Und Nicht vergessen Haben wir ja auch das Hinrundenspiel Hier auf Schalke Da haben sie ja auch Nicht nur gewonnen Sondern zum Teil auch Richtig guten Fußball gespielt Karil Geratz hat ja heute selber noch gesagt Das Spiel hat er noch In sehr guter Erinnerung Es hätte im Grunde vier Wochen danach Kein anderes Thema gegeben Als das Schalke gegen Elversberg Verloren hat Bin ich gar nicht mehr Im Thema als Rückspieler Also ich weiß, dass wir verloren haben 2 zu 1 Was war da Spektakuläres dran? Naja Das Resultat an sich Finde ich eigentlich schon Spektakulär Erster Heimspiel Gegen Elversberg generell Das reicht mir an Spektakulärem Ich glaube Wenn ich mich recht erinnere Elversberg führte Relativ schnell 2 zu 0 Und Kenan Karamann Macht das Dort zum 2 zu 1 Hat dann aber Ja gut Das war die erste Begegnung Tatsächlich Also die Profimannschaft Die erste Begegnung Mit der Profimannschaft Die zweite Mannschaft Von Schalke Hat schon häufiger Mit Elversberg zu tun gehabt Ich glaube in den Jahren 2008 Bis 2012 Da gehörte die SV Elversberg Zur Regionalliga West Ich nehme an Die werden irgendwie So an der Grenze gewesen sein Und sind dann der Westliga Zugeordnet Worden Und In diesen 8 Spielen Oder ich glaube Von diesen 8 Spielen Gegen Elversberg Konnte Schalke Nur 1 gewinnen Kein gutes Omen Das wäre kein gutes Omen Und in Elversberg Gab es 3 Niederlagen Und ein Unentschieden Für Schalke Aber ist schon ein paar Jahre her Ganz interessant Damals hat Denny Latzer Oft zum Personal Der Schalker Zweiten gehört Der kam damals wahrscheinlich Gerade aus der Aus der Jugend raus Ich würde mich festlegen Der gehört Am Freitag nicht Zum Personal Wahrscheinlich nicht Und er ist nicht verletzt Wird einfach nicht reichen Leistungstechnisch Für den Kader So würde ich jetzt mal Also zumindest Gegen Nürnberg War er nicht im Kader Ja Aber ich glaube Das letzte Spiel Was wir von Denny Latzer Gesehen haben War Das in Berlin Und Da muss ich Hat er von Anfang an gespielt? Da hat er glaube ich doch Da hat er glaube ich Von Anfang an gespielt Und da muss ich Bei allem Respekt Vor Denny Latzer Muss ich sagen Das war jetzt auch nicht Unbedingt ein Bewerbungsschreiben Um ihn dann Jetzt nochmal Zu nominieren Ja Können wir ja vielleicht Auch noch gleich Darauf eingehen Wenn wir über das Thema Berichterstattung sprechen Da gibt es ja viele Randnotizen Die wir aufgreifen können Die ja überhaupt Dazu geführt haben Dass es in den letzten Tagen, Wochen Eine ziemlich Hektische In meinen Augen Auch manchmal Überflüssige Berichterstattung gab Und sich das alles So ein bisschen Hochgeschaukelt hat Und ich mich sogar Obwohl wir Ja auch drin sind Mittendrin sind In diesen Wir berichten ja auch Aber wir müssen auch Ganz klar sagen Wir haben ja gar nicht Wir sind zu dritt Und wir haben ja gar nicht Die Möglichkeiten So ein tiefes Netzwerk Zu haben Wie vielleicht andere Große Medien haben Und die haben natürlich Von überall Kriegen die Infos Und ob das aber Überall Dann so hundertprozentig Stimmt Und was da Für persönliche Eitelkeiten mitspielen Das können wir ja gleich Mal besprechen Lass uns das Thema Noch ein bisschen Aufschieben Also So habt ihr schon Mitbekommen Das wird Nochmal Definitiv angesprochen Wir waren Eigentlich bei der Flatter immer noch Und ich wollte Eigentlich dieses Thema Nicht ansprechen Und dann kommt Dieses Thema Ich sag's wie es ist Der Tabellenrechner Ja Dazu haben wir Umfragen gestartet Und das wird auch Ein fester Bestandteil Sein In unseren Nachfolgenden Podcasts Wir haben In unseren Artikeln Werden ja Ab und zu Umfragen Geteilt Und die werden wir Dann hier Ausführlich So gut es geht Besprechen Und ich würde jetzt Gerne noch so Ein Jingle einspielen Umfrage der Woche Blin 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 So wie es andere Podcasts machen Vielleicht mach ich das Irgendwann Dann muss ich mir Irgendwie gucken Ob es eine schöne Melodie gibt Dann suche ich mir Eine nette Weibliche Stimme Und Die sagt dann Die Umfrage der Woche Und dann besprechen wir die So ein bisschen Show René Solange ich diesen Jingle Nicht selber singen muss Ist mir alles recht Ist mir alles recht Was du dir da Einfallen lässt Vielleicht nehmen wir Die Tine Die letzte Woche Im Podcast war Die hat ja eine Sehr angenehme Stimme Und Können wir auch gleich Nochmal drüber sprechen Über die Die Resonanz Des Podcasts Mit jemandem Der quasi In der Fanszene Drin ist Und uns so ein bisschen Mitnimmt Was wir ja eigentlich Gar nicht so So mitkriegen Also es ist Nicht Möglich Das so aufzusaugen Wie es Fans Vor Ort Aufsaugen Oder Auch wenn man Auswärts im Stadion ist Sagen wir so Die Zeit als Fan Die 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 hab ich zum Beispiel Hinter mir Also ich weiß schon Wie das ist Ja Eben drum Frage ich dir Nein Du stellst das Im Wohne so hin Als wenn wir das Nicht wüssten Wie das ist Also ich hab das Als Jugendlicher Waren wir schon Auswärts auch viel Unterwegs Und ich weiß Was das bedeutet Was man da teilweise In Kauf nimmt Auch Aber heute Die heutige Generation Da kann ich natürlich Jetzt was Was Auswärtsfahrten Betrifft Nicht mehr mitreden Ganz klar Wir sind dann Halb beruflich Auswärts im Stadion Und ich denke mal Der Trip Eines Fans Der unterscheidet Sich dann schon Von dem Eines Journalisten Ganz klar Ja das wollte ich So damit sagen Wir sind natürlich Im Bild Weil wir auch In der Kurve Standen Und haben Schon ordentlich Gefeiert Oder auch getrauert Je nachdem Welche Situation Ich hab sogar Bei meinen ersten Spielen Die ich dann Schalke beruflich Begleitet habe Auf der Pressetribüne Bei Schalke Toren Immer gejubelt Wie ein Verrückter So wie früher In der Kurve auch Bin also Völlig durchgedreht Bis mich dann Erfahrene Kollegen Gott sei Dank Und auch richtigerweise Dann irgendwann mal Zur Raison Gerufen haben Und gesagt haben Junge Freund Mach mal ein bisschen Halblank Also hier Sind wir dann schon Ein bisschen Dass die Stimmung Dann doch etwas Gedeckter Das wurde mir Auch mitgeteilt Am Anfang Meiner Schalke Karriere Dass man doch Wenn man beruflich Über den Verein berichtet Dass man vielleicht Nicht ganz so Ausarten sollte Ist mir in Berlin 2011 Nicht gelogen Das war schlichtweg unmöglich Pokalfinale Es war einfach nicht möglich Da einfach zu sitzen 1 zu 0 Wer hat es 1 zu 0 gemacht? Raoul Raoul Hunterler hat es getroffen Traxler Traxler Komm ich hin auf Traxler Entweder die Sehnsucht Ich dachte jetzt guckt Jetzt guckt der René Gleich wieder Ach Mensch Der Alfred Traxler Wo kommt der denn her? Der kommt aus Gelzenkirchen Ich glaube aus Gelzenkirchen Aus Bur Ja Was eine Karriere Ob man tauschen möchte Das sei dahingestellt Also ich habe mich bei der Burschen Zeitung Sprungbrett Traxler Leider noch daher Ich weiß es nicht Keine Ahnung Außerdem bin ich dem Abi immer noch Kram Schöne Grüße Der hat es auf meiner WhatsApp am Samstag nicht geantwortet Ich bin immer noch ein bisschen beleidigt Er hat es Ich habe es ihm gesagt Und er hat es Wirklich mit erstaunt Zur Kennenzung Sagt er Aber ganz ehrlich Samstag war Ein Höllentag Der war schön Da war viel los Die haben viel Menschen getroffen Haben sich wahrscheinlich ausgetauscht Und er sagt Er hat 100% untergegangen Aber er hatte ja schöne Grüße Zurückbestellt Das kommt nie wieder vor Ja Abi Dass er mir schöne Grüße bestellt Oder So Das ist unbeantwortet So Sache Dein Tabellenrechn So Moment Genau Die Frage der Woche Oder sind ja die Fragen der Woche Jingle Ding 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 Die Frage der Woche Und da habe ich ja wieder mal meinen Tabellenrechner rausgezogen Und ja Ich hatte auch mal berechnet Dass Schalke noch aufsteigen kann Das ist alles hinfällig Das geht nicht mehr Also das Thema ist durch Aber es geht halt immer noch darum Kann der FC Schalke 04 die Klasse halten Ich meine Natürlich kann der FC Schalke 04 die Klasse halten Aber wie viele Punkte braucht er denn noch Und da habe ich mal wirklich Sehr sehr schlecht für Schalke getippt Also so Dass man auswärts Nichts holt Ich habe glaube ich Gegen Osnabrück einen Punkt gesetzt Also Habe aber auch Moment Vertäuscht das jetzt Wir haben Osnabrück auswärts Und Rostock zu Hause Richtig Genau Rostock ist das vorletzte Saisonspiel Und eine Woche davor ist Osnabrück Genau Und dann habe ich sogar Osnabrück noch als Niederlage gemacht Und habe nur Rostock noch als drei Punkte auf unserem Konto geschrieben Das heißt Das heißt mit drei Punkten Und den Konstellationen der anderen Mitbewerber um den Klassenerhalt Die ich auch so getippt habe Wie sie in den letzten Spielen außer Elversberg war Aber die hatte ich gar nicht mehr drin Aber du siehst ja selber Wir wissen Jeder kann jeden schlagen Die Liga ist eine völlige Wundertüte Da kann so vieles passieren Aber so die Tendenzen der letzten Spiele Selbst mit drei Punkten wäre Schalke am Ende immer noch auf Platz 14 Es wäre eng alles Natürlich ist es jetzt auch noch Aber die ganz große Gefahr Die müssten das eigentlich mit drei Punkten im Sack haben War meine Meinung Ich bin natürlich auch dafür Dass man einfach noch ganz viele Punkte holt Dass man einfach ganz sicher irgendwo Vielleicht noch am einstelligen Tabellenplatz kommt Warum auch denn auch nicht Und diese Frage haben wir gestellt Wie viele Punkte braucht Schalke noch für den Klassenerhalt Und wenn ihr mögt Könnt ihr bei Spotify Wenn ihr uns über nur Podcast hört Zum Beispiel bei Spotify Könnt ihr kommentieren Wir haben aber auch unseren YouTube-Channel Vom Medienhausbauer Ruhrnachrichten Wo auch unser Vodcast dann in dem Falle zu sehen ist Und zu hören ist Da habt ihr natürlich auch eine Kommentarfunktion Da kommentiert ihr ja auch relativ fleißig Und ich überlege Ob ich Social Media noch mit ins Spiel bringe Wir haben ja so viele Kanäle Wir haben Facebook Wir haben Instagram Wir haben Twitter Und da habe ich mir gesagt Bevor ich dann was Falsches sage Lass uns das doch auf Insta machen Auf Insta wird immer sehr gerne kommentiert Und unsere Insta-Seite Ich wusste nicht Ob ich das schon mal so Genau kommuniziert habe Gibt es ja auch Die Schalke News Das ist die Schalke News-Seite Vom Medienhausbauer und Ruhrnachrichten Also Schalke Unterstrich News Unterstrich MHB Dann dürftet ihr unsere Seite finden Und dort werde ich Und dort werde ich eine Umfrage erstellen Nicht die, die wir jetzt besprechen Die nächsten Umfragen Und dann könnt ihr darauf auch reagieren Und eure Kommentare schreiben So und die Umfrage Die wir hatten Wie viele Punkte brauchst Schalke noch? Sechs Punkte habe ich gesagt Sollten reichen Das wären beide Heimspiele Gewinn War das vor dem Nürnberg-Spiel oder danach? Nein, nach dem Nürnberg-Spiel Nach dem Nürnberg-Spiel, okay Also das ist dann quasi aktuell nach dem Spiel Sechs Punkte sollten reichen, hatte ich angegeben Drei Punkte reichen knapp Das wären dann 38 Punkte insgesamt Bei sechs Punkten natürlich dann 41 Und acht Punkte und Schalke hat den Klassenerhalt sicher 43 Prozent Jetzt sind Mehrfachnennungen nicht möglich Darum ist diese eine Acht Punkte und Schalke mit Klassenerhalt sicher 18 Prozent Haben getippt, dass das Erst reicht Wiederum haben aber auch 18 Prozent getippt Die auf meiner Seite sind Drei Punkte Müssten auch reichen Aber die absolute Mehrheit 64 Prozent Haben gesagt Ja, sechs Punkte Müssten es schon sein Also das wären aber Dann aus meiner Sicht Aber auch Ich will mich nicht so weit Aus dem Fenster legen Aber sechs Punkte Das muss doch reichen In den letzten fünf Spielen Wie viele haben sie jetzt? 35? Das wären 41 Ja, damit solltest du Also das gab es glaube ich In der Geschichte der zweiten Liga Noch nicht, dass du damit 40, ne? Dass du damit abgestiegen bist Erzgebirge Auer hat es einmal erwischt Ich glaube in der Saison 2017, 18 Wir hatten ja neulich mal so einen Text drin Mit den nötigen Punktzahlen Da sind die glaube ich mit 40 Punkten Die mussten mit 40 Punkten glaube ich In die Relegation Können wir auch direkt nachgucken Wenn wir das genau verifizieren wollen Welche Saison sagst du? Ich glaube 2017, 2018 2017, 2018 Es gab aber auch schon Jahre Da haben 32 oder 33 Punkte gereicht Ich glaube der Schnitt Der Schnitt, den du brauchst Der liegt irgendwie bei 34 Punkten Ich habe neulich mal irgendwo gelesen 34,68 Punkte oder so ähnlich Das wäre der ultimative Durchschnitt an Punkten Mit denen du den Klassenerhalt schaffst Also das war ja noch verrückter diese Saison 17, 18 Weil es jetzt ja schon eng ist Und man sagt bis Platz 12 ist ja alles eng Da war der 10 Platzierte mit 43 Punkten Drei Punkte vorm Abstieg Ja Oder vorm Relegationsplatz Und du hast recht Aue dann auf Relegationsplatz 16 mit 40 Punkten Braunschweig ist abgestiegen mit 39 Kassel Lautern 35 Punkte Alte Bekannte Lautern mit 35 Abgestiegen Mit einer Punktzahl Mit der du in manchen Spielzeiten Sicher drin geblieben wärst 35 Ja 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 aber die 6 Punkte Also Wir haben noch 5 Spiele Traue ich dem Blauen ja durchaus zu Dass sie die noch irgendwo holen Ja ich bin da auch ganz Ganz sicher Und wer war oben auf dem Aufstiegsplatz Düsseldorf Nürnberg ist aufgestiegen Und Kiel war ne Relegation Hat ja nicht geklappt Daran erinnere ich mich Hat nicht geklappt So Also Sind wir der Meinung 6 Punkte sind wir safe Das wären beide Heimspiele Ja Ja Aber Nächster Heimspiel ist Düsseldorf Die spielen ja nochmal ganz oben mit Ja wir haben auch St. Pauli geschlagen Ja ich bleib ja dabei Du kennst meine Meinung Ob diese Schalker Mannschaft Ein Spiel Gewinnt oder verliert Das hängt mal in erster Linie Von ihr selbst ab Du hast ja jetzt auch wieder Am Samstag gesehen Wenn die Wenn die einmal ein bisschen Ins Rollen kommen Dann können die schon was Dann ist das eben doch nicht So eine Gurkentruppe Wie viele Viele unterstellen Wenn die sich allerdings wieder 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 selber ins Knie schießen Wie sie in dieser Saison Viel zu oft gemacht haben Und sich wieder überrumpeln Überlaufen lassen Dann Dann Musst du auch um diese 6 Punkte bangen Ganz klar Aber Ich hoffe ja immer Jetzt wie auch Nach dem Nach dem Nürnbergspiel Wieder Dass sie Dass sie die Kurve Jetzt dann doch zumindest So gekriegt haben Dass sie Dass sie den Klassenerhalt Dann safe machen Ich habe gerade Die Idee gehabt Ich gucke mal jetzt In dieser Wahnsinnssaison 17, 18 Auf dem 29. Spieltag Wie da denn die Punkteverteilung war Da war nämlich aktuell Zum Beispiel Lautern bei 29 Darmstadt bei 32 Darmstadt Haben sich ja noch gerettet Heidenheim hat sich noch gerettet Oh Gott Was ist denn da passiert Braunschalk war auf dem 12. Mit 37 Punkten Das sollte vielleicht auch Eine Warnung sein Oh ja Dass du mit 37 Punkten Auf Platz 12 stehst Sogar zwei Punkte mehr Als Schalke jetzt hat Und Braunschweig ist Wie wir es gerade festgestellt haben Abgestiegen Dann haben die nur noch Zwei Punkte geholt Du hast gerade glaube ich gesagt 39 35 Punkte Lauter Die haben sechs Punkte Aber auch geholt Also die haben nochmal Ordentlich aufgeholt Aber Darmstadt Heidenheim Pauli Fürth Ist ja knapp Dem ganzen entronnen Ja Schon krass Also Auf Platz Auf Platz 8 Auf Platz 8 War das War das nach dem Tedesco Jahr ein Aue Ich könnte Das könntest du doch sagen Tedesco ist doch Der war doch zu dem Zeitpunkt Schon auf Schalke So 17,18 sagst du Tedesco ist Ja 17,18 War der Also Vor 17,18 war er auf Schalke Ne 17,18 war er War ein Aue Aber die sind doch nicht Mit Tedesco dann Ne Es war ja 17,18 Oder Wollen wir jetzt hier Uns Uns Um Kopf und Kragen reden 17,18 Tatsächlich Wir können ja mal gucken Wir haben letzten Spieltag 17,18 War Tedesco Doch schon auf Schalke Oder nicht Jetzt bin ich Ist er in der Winterpause gekommen Ne Den hat doch Heidel nach Als Nachfolger Von Von Weinziel Geholt Ja cool Heidel kam Kam doch 16,17 Und hat Weinziel Als Trainer gehabt Und dann Dann war doch Weinziel war ein Jahr Und dann war So Ich rufe jetzt Das Trainerprofil Wir driften gerade Völlig ab Wir reden jetzt mehr über Aue Und über die Saison 17,18 Richtig Aber Das macht ja umso mehr Sinn Um zu sehen Dass wenn man diese Tabellenkonstellation Sich nochmal Aufhört Wie viel Schiss Man noch haben muss Wir müssen die Kurve Wieder zu Schalke Kriegen Ja Aber dass Schalke Mit 35 Punkten Noch lange nicht safe ist Wenn Aue Mit 39 Punkten Absteigt Am 29. Spieltag Aber einen Müssten sie ja noch Geholt haben Die sind ja mit 40 In die Relegation Gekommen So Domenico Ist gekommen Am 1.7.2017 Ja genau Also sind die dann nicht Mit Tedesco Abgeschmiert Nee Das wäre ja auch Gut Das wäre ja auch irre Die sind abgeschmiert Nachdem er weg ist Ja Jetzt haben wir den Schuldigen Für meinen alten Verein Das wäre auch verrückt Wenn Schalke dann Einen Trainer verpflichtet hätte Der mit Aue gerade Den Sturzflug hingelegt hat Ja Jetzt sag nicht Ist der typisch Schalke Auf diese Theorie Möchte ich nicht Ich verkneife es mir Aber es wäre jetzt Nicht super ungewöhnlich Wenn man so einen Move machen würde Nein Haben wir schon Irgendwelche Gerüchte Trainer Also viele sagen ja Karel Gerrads Wird sich das sicherlich Nicht antun Hat er ein tolles Angebot Aus Belgien Seine Heimat Das würde ja alles passen Wenn er den Abschied schafft Sagt er dann So Das war's Ja Können viele sagen Ich bin da noch Nicht so von überzeugt Ich glaube schon Dass er Dass er ein Kämpfer ist Also wir reden jetzt mal Vom Klassenerhalt Ich glaube schon Dass er Dass er gerne Auch auf Schalke Zeigen würde Was er Was er wirklich Drauf hat Im Grunde ist ja alles Was er Was er hier gemacht hat Seitdem er gekommen ist Der ist ja eigentlich Ständig mit irgendwelchen Aufräumarbeiten Beschäftigt Der hat Schalke Am neunten Spieltag Übernommen Schalke hatte sieben Punkte Stand auf dem Relegationsplatz Unter Thomas Reis Hatte Schalke geholt In sieben Spielen Sieben Punkte Ist einer im Schnitt Mit Gerrits haben sie geholt Jetzt 1,4 Punkte im Schnitt Er hat sie also zumindest Und nur das zählt für mich eigentlich Er hat sie zumindest Von den Ergebnissen her Deutlich besser gemacht Und hat sie auch jetzt Überm Strich Gehoben Ich glaube allerdings schon Dass sich beide Seiten Schalke und auch er Bei seiner Verpflichtung Ein bisschen mehr versprochen haben Ich glaube schon Dass die gehofft haben Dass sie eventuell Auch nochmal oben Anklopfen können Aber im Grunde Hat er ja mit so vielen Baustellen hier Die ganze Zeit Zu kämpfen gehabt Das ist ja auch noch gar nicht Das ist ja noch gar nicht So seine Seine Mannschaft Der Die Wende sollte ja So ein bisschen kommen In der Rückrunde Nachdem man dieses Jahr Ganz gute Trainingslage hatte Und sieben Punkte Aus den letzten drei Spielen Vorher geholt hat Aber er hat es halt nicht geschafft Diese Auswärtsschwäche Mit der Mannschaft abzulegen Jetzt strampeln sie weiter Da unten rum Ich finde aber trotzdem Dass er sich In dieser ganzen Gemengelage Sehr gut und sehr souverän Auch behauptet Ist ja alles Gar nicht so einfach Auch du sprichst Ja die Berichterstattung Auch an Dann auch mit dieser Mannschaft Die sicherlich keine Keine leichte ist Ich glaube aber Bei vielen Fans Hat er eine Stein im Brett Ich glaube die Die trauen ihm Eine ganze Menge zu Ich glaube das spürt er Auch Er weiß natürlich Was Schalke für einen Verein ist Er spürt das ja Also sorry Der steht ja auch Alle zwei Wochen Mit 60.000 Zuschauern Und der kann sich Natürlich auch Vorstellen Meine Güte Was ist hier eigentlich los Wenn wir mal Erfolg haben Wenn wir mal oben stehen Wenn wir wirklich mal aufsteigen So das Das spricht ein Trainer Ja auch an Und das mag der ja auch Und ich habe gestern Auch mit einem Belgischen Kollegen gesprochen Der sagte also Mit Brücke Da wäre er sich Gar nicht mal so sicher Weil Es war wohl so Dass Karel Gerrads In der vergangenen Oder vor der vergangenen Saison Schon mit Brücke Verhandelt hat Und da auch im Gespräch war Und dann hat man aber Einen anderen Trainer Ihm vorgezogen Und da wäre er bis heute Noch so ein bisschen So ein bisschen sauer drüber Und hätte das Hätte das nicht vergessen Also der hat das Der Kollege hat das In Zweifel gezogen Dass er wirklich Nach Klubbrücke geht Ohne das jetzt auch zu wissen Das sind ja alles Wir bewegen uns hier alle Da in einem Nur In einem Raum Von Spekulationen Der eine interpretiert Das in eine Aussage rein Der eine interpretiert Das rein Aber ich bin da Stand jetzt noch nicht Von überzeugt Dass er Bei Klassenerhalt Schalke wirklich verlässt Deine persönliche Meinung Würdest du Dich freuen Wenn er bleiben würde? Ach freuen Freuen ist immer so ein Begriff Ich freue mich Ich freue mich In meinem Leben Über andere Über andere Dinge Du weißt wie ich meine Ja Eigentlich schon Ja Weil mich würde interessieren Wie läuft so eine Wie läuft so eine Komplette Saison mit Karrel Gerraths Oder wie läuft Wie läuft eine Saison Mit Karrel Gerraths Wenn er Und davon ist dann ja Auszugehen In der kommenden Saison Auf wirklich eine Mannschaft Hat bei deren Zusammenstellung Er möglicherweise auch In Wörtchen mitreden konnte Wenn also gezielt Eine Mannschaft Auch nach diesem Trainer Dann formiert wird Weil da hat er ja nun mal In Belgien Gute Arbeit geleistet Und hat ja da wohl auch Einen sehr guten Ruf Würde ich mich wahrscheinlich Dann würde ich mich auch Ein bisschen freuen Wenn er dann bleibt Ja Ja ich fände es auch sehr spannend Was denn passiert Wenn die Saison Man darf es ja gar nicht sagen Erfolgreich abgeschlossen wird Aber es ist ja tatsächlich Ein Erfolg Wenn du Nach diesem ganzen Schlamassel Die Klasse hältst Vielleicht auch schon Ein, zwei Spieltage Vor Saisonende Das wäre dann noch entspannter Am liebsten wäre es mir Ja beim Heimspiel Gegen Kreuter Fürth Das wäre zum einen Entspannter Und das wäre auch ganz wichtig Weil du ja Du willst ja irgendwann mal Konkret mit den Planungen Für die nächste Saison anfangen Guck mal Du hast jetzt Wir haben jetzt das dritte Oder vierte Jahr hintereinander Wo Schalke immer Wo es immer um irgendwas geht Wo die nicht einmal wirklich Dann schon mal Vorher Lange vorher sagen konnten Wir wissen genau In welcher Liga wir spielen Und darauf planen wir hin Das ist ja schon immer Ein Fortschritt Deswegen haben die ja auch Diese 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 Prämie Diese Sonderprämie Ausgelobt Es war ja keine Nicht-Abstiegsprämie Im Grunde Sondern es war ja Eine 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 Prämie Quasi mitten in der Saison Mitten im Endspurt Für diese Für diese drei Spiele Sieben Punkte Weil sie sich davon Natürlich erhofft haben Wenn wir diese sieben Punkte haben Wenn wir die holen Dann haben wir eine Eine Vermeintliche Planungssicherheit Und das Das wäre dem Verein Dann diese angeblichen 400.000 Euro Wert gewesen Also natürlich Wäre das Wünschenswert Wenn du relativ früh Da den Deckel drauf machen kannst Noch immer ganz kurz So Gerards Ich mag ihn irgendwie auch Ich finde ihn Auch recht sympathisch Jetzt sind unsere Berührungspunkte Nicht allzu viele Das bewegt sich dann hier Bei den Pressekonferenzen Bei den Bei den Trainingseinheiten Manchmal gibt es ja auch So Wobei es jetzt auch Weniger geworden ist Mal so Treffen Mal so Zwischendurch Wo man dann mal so So ein bisschen So ein bisschen Spricht Aber ich mag ihn einfach Weil ich finde er Er benennt die Dinge Sehr präzise Er redet nicht lange Um den heißen Brei herum Er antwortet Vernünftig Auf Fragen Die man ihm In der Pressekonferenz stellt Auch wenn es immer Die gleichen Fragen sind Kommen wir vielleicht Auch nochmal drauf Gleich wenn wir Über Berichterstattung Allgemein reden Oder wenn es oft Die gleichen Fragen sind Aber er Er macht das alles Einigermaßen Souverän Und Ja ich Ich würde es ihm Einfach auch gönnen Der ist ja wirklich In eine ganz schwierige Phase Des Vereins Hier reingekommen Der will ja im Grunde Nichts anderes machen Als eine Mannschaft Zu trainieren Und die dann auch Siegen sehen Aber der kriegt ja Von links Hörter Existenz bedroht Von rechts Hörter Stadionverkauf Dann kriegt er Auch jede Woche Erklärt Was er wahrscheinlich Am besten selbst weiß Wie kompliziert Diese ganze Kabine ist Das ist ja auch Alles sehr sehr Ungemütlich Für einen Trainer Ich hoffe er beißt sich Da durch Und dann soll er mal Bleiben Und in der nächsten Saison Zeigen Was er wirklich Drauf hat Wäre eigentlich wieder Ein guter Zeitpunkt Direkt schon über Diese Berichterstattung In den vergangenen Tagen Wochen zu sprechen Wir wurschteln uns Heute so durch Also der rote Faden ist da Aber der schlingelt sich Mal wieder so ein bisschen Wir haben ja noch nicht Mal über Nürnberg gesprochen Nürnberg Nürnberg Wir haben ja gewonnen 2 zu 0 Richtig Vielleicht Aber das dürfen wir nicht Zusammenhang kommt von Kennst du wahrscheinlich Ja okay Ja da knallt's gerade alles durch Also so viel zum Thema Themen durcheinander bringen Jetzt wird's Jetzt wird's wieder Kommentar geben Der kennt den Detmer Kramer nicht Nee Es wird Kommentare geben Der Neubau Der Blödmann Der soll nicht so viel Über die alten Über die alten Zeiten erzählen Ah nee Das ist gerade das Was viele interessiert Also man muss auch mal dazu sagen Wir sind ja nicht der klassische Podcast Wo sich jemand zusammensetzt Und dann wild drauf losplaudert Und ihre Erfahrungen und Erlebnisse Untereinander austauschen Wir versuchen ja schon ein bisschen Unsere Arbeit da einfließen zu lassen Und du bist jetzt so viele Jahre schon dabei Auch wenn du sagst immer Wenn der Opa vom Krieg erzählt Ich finde das immer super spannend Was man da alles so mitnimmt Und ich hätte mir nie träumen lassen Dass ich mal Ich hab ja auch mal irgendwann angefangen Und wenn dann zum Beispiel Norbert Neubaum da erzählt hat Denk ich mir aber Warum weiß der das alles noch Aber es ist halt so Wenn man sich mit einem Thema Tatsächlich auseinandersetzt Mehrere Jahre Dann bildet man auch für sich Glaube ich so einen roten Faden Und das ist halt erlebt Und das bleibt auch dann irgendwo Ja das ist Das ist erlebt Das bleibt auch Und es macht ja auch Spaß Ja Das ist auch keine Geschichte Wo du dann abends Oder wann auch immer Dann nach Hause gehst Und willst dann im Grunde Mit dem ganzen Kram Nichts mehr zu tun haben Ich mach ja trotzdem abends Die Kiste noch an Und guck Fußball im Fernsehen Auch wenn ich beruflich Damit zu tun hab Oder fahre wenn es die Zeit erlaubt Sonntags nachmittags Zur Lorheide Um Wattenscheid Im Abstiegskampf zu unterstützen Wie steht es da momentan? Danke dass du nachfährst Auf die Frage warte ich eigentlich schon Seit mehreren Podcasts Ich hab schon nachgefahren Die haben sich wieder einigermaßen Kann ich wirklich nur empfehlen Vor allem jetzt wo das neue Stadion Da auch gebaut wird Also da entsteht glaube ich Glaube ich richtig Was das sieht sehr sehr groß Und imposant aus Haben die auch eine vegetarische Wurst? Hab ich nicht nachgefragt Aber ich könnte mich schlau machen Ich könnte mich informieren Ja Okay Wir waren immer auch noch eigentlich Beim Themenkomplex Die Fragen der Woche So Da hatten wir noch eine Und da würde ich jetzt den Schlenker Nochmal zu Nürnberg rüber werfen Denn wir hatten nach dem Spiel Gegen Nürnberg gefragt Wer war denn Spieler des Spiels? Und das war sehr interessant Auch zu beobachten Weil diese Umfragen Machen wir ja nicht exklusiv Die machen ja viele Medien Auch Schalke macht diese Umfrage Und die haben einen Spieler gekürt Den ich leider gar nicht Bei mir auf dem Zettel hatte Obwohl ich ja weiß Dass er der Garant ist Der Schalke hinten im Kasten Einfach so gut es geht sauber hält Er hat wohl glaube ich auch Ich hab das gestern oder heute Morgen gelesen Die beste Quote Aller Torhüter Und Da ist ein Marius Müller Natürlich immer Spieler des Spiels Er hatte glaube ich mal Einen leichten Durchhänger Darüber sprechen wir jetzt nicht Aber wir hatten den gar nicht Auf dem Schirm Also ich hab den zumindest Nicht in dem Kreis gesehen Wo ich sagen würde Ja der hat jetzt Besonders hervorgehoben Ich hatte Yusuf Kabadei Paul Seguin Thomas Kalasch Kenan Karaman Und Derry John Merkin Auf dem Zettel Und bei uns hat Mit Abstand Yusuf Kabadei gewonnen 42,7% Spiele des Spiels Und wenn ich Auf meinen Chancenzettel schaue Den ich mir ja immer mit anfertige Da habe ich Erste Minute Kabadei Sechste Minute Kabadei 42, nee das war Karaman Ja dann 64, nur noch faul 80, Kabadei Ja Sonst hatte ich den gar nicht So auf dem Zettel Aber es war der Spieler Des Spiels für viele Weil Ich mir das Spiel danach Auch nochmal ein bisschen Angeguckt habe Weil ich sitze Während des Spiels Bin ich mit so vielen Dingen Gleichzeitig beschäftigt Dass ich nicht alles mitbekomme Habe ich auch schon Tausendmal erklärt Mir ist gar nicht aufgefallen Dass er die Position gewechselt hat Er ist ja von der rechten Seite Dann ins Zentrum Und auch links gegangen Und das hat ja Hervorragend geklappt Ja ich finde auch Ist jetzt für mich Keine Überraschung Dass Kabadei Gewählt wurde Er war in unheimlich vielen Offensivaktionen Beteiligt sofort In der ersten Minute Hat eigentlich sofort Quasi so ein Signal gegeben Dass die Mannschaft Ins Spiel reinkommt War Schwer zu bremsen Von den Nürnbergern Egal auf welcher Position Hat den Elfmeter rausgeholt Hat das zweite Tor Dann ja auch vorbereitet Also Ja Die anderen Spieler Die du genannt hast Inklusive Marius Müller Auch Alle Richtig gute Leistung Und wen du dann letztlich Zum Spieler des Spiels wählst Das ist ja dann immer So eine subjektive Geschichte Marius Müller Hätte man auch Hat natürlich auch In Anspruch im Grunde Auf diesen Titel Weil er Weil er Schalke Zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt Als die Nürnberger Gerade Stärker wurden Und auch ein bisschen Zug zum Tor Dann gezeigt haben Weil er Schalke Oder für Schalke Dann eben Die Null festgehalten hat Insofern Wäre das auch völlig In Ordnung Marius Müller Zu wählen Kenan Karaman Sowieso War auch wieder Einer der Besten Den Elfmeter Wollen wir vergessen Den Elfmeter Wollen wir vergessen Er hat ja wohl auch Irgendwie Er war ja irgendwie So ein bisschen Kränklich Schüttelfrost Hat er glaube ich Irgendwie gehabt Ja ja Okay So Umso höher Dann seine Leistung Auch zu bewerten Mörkin Ist ja eigentlich immer On fire Also ich sehe den Total gerne Wie er in der ersten Halbzeit mal Erinnere ich mich Jetzt gerade Wie er einen Ball Verloren hat Und dann aber Das Unheil ahnend Wirklich im Affenzahn Wieder zurück Und den Ball Dann noch Wieder zurückgeobert hat Also den Den kann man ja fast Den kann man ja fast Immer wählen Stärkste Spieler des Spiels War aber Kalasch Nach Nach Zahlen Kalasch hat sich Super entwickelt Finde ich Letztens spielen Ist Stärkste Abwehrspieler Für mich Ist ja auch Im Grunde gesetzt Ist ja eigentlich So ziemlich Der einzige Um den es da Keine Diskussion Gibt Ja gut Mörkin auch nicht Aber ansonsten Wird ja immer So ein bisschen Kaminski Schalenberg Rechte Seite Sowieso Ist sowieso Immer so eine Baustelle Aber Kalasch Ist ja eigentlich Der steht ja Der steht ja Wie der Fels In der Brandung Auch mittlerweile Was ich so mitbekomme Bei den Fans Steht da ja auch Jetzt sehr Sehr hoch Im Kurs Lass uns mal Über Das Handspiel Sprechen 45 Minute Paul Seguin Ich weiß Eigentlich ist es Gar nicht Rede wert Aber was mich So ein bisschen Gestört hat Und was mich Aufgeregt hat Ist dass Und das ist auch So ein abgedroschener Spruch Und ich glaube Wenn uns auch Fans von anderen Vereinen zuhören Die werden sagen Bei uns ist das ähnlich Aber ich glaube Wenn es auf der anderen Seite passiert wäre Hätten wir den Elfmeter So wieder typisch Schalke-like Bekommen Also gegen uns Bekommen So Ich hab dich ja auch Schon im Schalke-Talk Nach dem Spiel gefragt Ob du es Wie du es im Stadion Gesehen hast Der Ball kamt ja Von oben Er ist mit dem Rücken Und Natürlich Ich hab's tatsächlich Nur im Original gesehen Im ersten Moment Hab ich auch gedacht Könnte Könnte vielleicht Was gewesen sein Aber dann Dann hab ich auch Tatsächlich noch gestutzt Weil Ungefähr 20-30 Sekunden Nach der Szene Hat Hat der Schiedsrichter Sicher So ein bisschen Zurückgezogen Und war dann auch Sofort umringt Von einigen Spielern Und in dem Moment Dachte ich tatsächlich Jetzt ist ja irgendwie Aufgefordert worden Sich das Ganze Nochmal anzugucken Aber das Ganze Hat sich dann ja In Wohlgefallen Aufgelöst Und Er hat sich's auch Glaub ich Gar nicht angeguckt Sondern hat dann Irgendwann sofort Zur Ecke Gezahlt Der Ball ging in den Oberschenkel Und knallte dann da Ja gut Wir werden Wir werden auch Hier in diesem Podcast Keine Lösung Für Für die Handspiel Regelung finden Das Thema wird uns Aber ist es wieder So ein typischer Zeitpunkt gewesen Wo du Führst Lass uns gleich nochmal Über das 1 zu 0 Sprechen Von Karaman Du führst Und dann im Gegenzug Kommt dann so ein Ding Wo du dann wirklich Zitterst Und wieder sitzt Und denkst Nein bitte jetzt Nicht durch so ein Ding Was ja auch Wirklich So Schalke typisch Ist Wer hat das Dieses Wort mal reingeworfen Ist einfach Schalkig Und Aber gut Dann hatten wir Glück Wenn man das so sagen Darf Und der Elfmeter Wurde Nicht gegeben Wir hatten aber Da noch einen Elfmeter In der 56 Minute Elva Karaman Steht bei mir Auf dem Zettel Wie hast du Diese Szene gesehen? Ja zunächst mal Ein sehr schöner Angriff Schöner Pass Schöne Vorbereitung Von Karaman Kabadai geht durch Und Oder will durchgehen Und In der Mitte steht Simon Terodde Völlig blank Weil die Verteidiger Sich dann in dem Moment Auf Kabadai Konzentriert haben Also wenn Ich glaube Optimal wäre es gewesen Wenn Kabadai Sofort Den Ball versucht Hätte quer zu passen Ich glaube Das ging aber nicht Weil da war glaube ich Das Nürnberger Bein Dann schon davor Ich glaube Er hat versucht Da noch vorbeizukommen Und hätte dann Quer gepasst Wobei ich traue ihm auch zu Dass er es alleine versucht hätte Dann wenn er denn Dann durch gewesen wäre Naja auf jeden Fall Ist er im Vollsprint Ist er zu Fall gebracht worden Und Die Nürnberger Proteste Hielten sich auch In Grenzen Ja Und Kabadai selber Hat auch gesagt Clara Elba Und dann ist ja Dann ist ja der Pfiff Über jeden Zweifel erhaben Ja Aber Die Ausführung war dann Doch ein bisschen Ja Pech Also der Torhüter war nicht dran Also der ist direkt glaube ich An die Latte gegangen Der ist glaube ich Ja ich habe auch jetzt überlegt Weil dann jetzt Hätte es ja dann eine Ecke gegeben Aber der ist Der muss direkt an die Latte gegangen sein Ja Und dann Aber eigentlich ist Gehen dann Karaman ja Ein ziemlich sicherer Elfmeterschütze Vielleicht war es der Schüttelfrost Und der Fieber Habt ihr Ich habe irgendwo Ich habe irgendwo jetzt Eine Statistik gesehen Könnte eigentlich Kann eigentlich nur der Kicker gewesen sein Für sowas ist der Kicker Prädestiniert Das war der Erste Elfmeter Den Schalke in der zweiten Liga Verschossen hat Seit der Saison 1989-90 Jetzt überlege ich mal Kann das sein? Zu Hause? Kann das sein? Also ich meine Da stand Da stand überhaupt Elfmeter verschossen Alexander Borodjuk Vielleicht weiß das ja hier Einer von unseren Zuhörern Zuhörerinnen Das würde mich Wirklich mal interessieren Weil ich habe es nicht nachgeprüft Also Habt ihr zugehört Liebe Leute Wir suchen Schwarmintelligenz Wir können es natürlich auch gleich googeln Aber Die Frage Lasse ich einfach mal offen Ich hatte gerade schon gesagt 1-0 Karamann müssen wir auch erwähnen Aber lass uns erstmal gleich schon zum 2-0 springen Seguin 86. Minute Da waren alle glaube ich sehr sehr erleichtert Dass das Ding endlich drin war Denn auch Nürnberg war ja in der zweiten Halbzeit Nicht komplett abwesend Dieser Can Uzun Der hatte ja auch eine Chance Nürnberg ist in der zweiten Halbzeit Eigentlich Da haben sie dann mal Begriffen Dass man Dass man auch mal aufs Tor schießen muss Wenn man eins erzielen will Nein Die haben ja so Wie die Fußball gespielt haben Haben die mir gut gefallen Die haben ja den Ball schön laufen lassen Bis zum 16er von Schalke Für die sah das alles ganz gut aus Aber die haben so Diesen Zug zum Tor Diese Aggressivität Die du einfach dann auch brauchst Um ein Tor unbedingt erzielen zu wollen Haben sie lange vermissen lassen Das haben sie in der zweiten Halbzeit Ein bisschen gehabt Uzun hat einmal Gefährlich geschossen Den hat Müller richtig gut gehalten Der war glaube ich nicht einfach Und dann als Schalke schon 2-0 führte Da hat Müller am Schluss ja noch Glanzparade Eine Glanzparade gemacht Er stand einfach gut Ja gut Aber da musst du dann halt auch stehen Und jetzt wissen wir alle Wie lange mittlerweile nachgespielt wird Im Fußball Also wenn du Wenn du in der 96. Minute Auf einmal noch ein 2-1 kassierst Dann kann da durchaus sein Dass der Schuss noch nach hinten los geht Also insofern nochmal Spieler des Spiels Ja warum nicht auch Marius Müller Ja klar Schalke gewinnt 2-0 Gegen Nürnberg Nürnberg Hat nicht das gezeigt Was sie vielleicht zeigen könnten Und auch da lege ich mich fest Weil es Schalke einfach gut gemacht hat Also es war Viele haben ja gesagt Schalke hat gegen Pauli gewonnen Pauli Hat sich überrumpeln lassen Von der Aufstellung Oder von der Taktik Aber das höre ich Also seitdem ich Schalke-Fan Und auch als Journalist Mit Schalke zu tun habe Höre ich eigentlich immer Oder meistens Wenn Schalke gewinnt Ja Die anderen waren Kacke Ja lag ja daran Dass die anderen Dass die anderen Nicht so gut waren Ich weiß gar nicht Ob das bei anderen Vereinen Auch so ist Aber ich nehme das so wahr Und dann Also dann schwillt mir doch Manchmal der Kamm Also dann sage ich mal Freunde Das hat aber doch auch Was mit Schalke zu tun Das Natürlich war St. Pauli Hier auf Schalke schwach Aber weil Warum? Weil Schalke das auch Richtig gut gemacht hat Das ist ja immer Ursache und Wirkung Und Also dieser Satz So immer Naja Und 2011 Pokalfinale 5-0 Duisburg Duisburg hat es ja auch Irgendwie ins Finale geschafft Also nicht nur Weil sie sich da hingemogelt haben Sondern Die haben ja auch Leistung gezeigt So wie jetzt Und 97 UEFA Cup sehe ich Ja Nur die Die haben ja Die haben ja Schalke auch alle unterschätzt Weißt du Also irgendwie bei Schalke Wird immer Wird immer so ein bisschen relativiert Was ich für einen völligen Blödsinn halte Wenn Schalke ein Spiel gewinnt Dann ist das einfach Dann oft so Weil sie Weil sie gut waren Und natürlich war der Gegner dann schwach Umgekehrt Wenn Schalke ein Spiel verliert Muss man auch so ehrlich sein Und sagen Es waren keine höheren Mächte im Spiel Sondern Es lag einfach daran Dass der Gegner besser war So Warum habe ich das 1-0 Von Kenan Karaman Jetzt nach hinten geschoben Um endlich Auf unser Thema zu kommen Was wir am Anfang Ja schon angesprochen haben Die Berichterstattung Rund um Den Verein Und da gab es ja Eine Szene Wir fangen glaube ich Hinten an Rollen das dann Von hinten auf Kenan Karaman Erzielt das Tor Und es war sehr sehr auffällig Hat den sogar abgenommen Ja siehst du Dann hat Kenan Hat er doch alles richtig gemacht Ja Dann lass uns über das Thema sprechen Es war ja die zerrüttete Kabine Das war ja das Thema Es fing alles an mit dem Dominik Also Fangen wir mit Karamans Jubel Noch mal an Also natürlich war das auch Oder war das inszeniert Aber mittlerweile ist ja sowieso Jeder Torjubel Ist ja Ist ja irgendwie eine Inszenierung Sehr zu meinem Verdruss Aber gut Jetzt hat Karaman das so Gelöst Ist natürlich ein bisschen Folklore Aber er hat es ja auch selber Dann hinterher erklärt Er hat gesagt Ja natürlich Ich wollte Ich wollte demonstrieren Ich wollte zeigen Wir sind eine Einheit Und Wir halten es zusammen Und es ist einfach nicht schön Zu lesen Und zu hören Dass wir eine zerrüttete Kabine sind Oder wie auch immer So Das ist jetzt erstmal die Botschaft von Kenan Karaman Und Da Könnte man jetzt einiges zu sagen Und sollte man auch einiges zu sagen Denn ganz so einfach Kommt uns Kenan Karaman Natürlich nicht davon Also Diesen kleinen Widerspruch Den muss er schon gestatten Also so So Rosarot Sieht es in der Schalker Kabine Nicht aus Und das Hat jetzt überhaupt nichts Mit irgendwelchen Recherchen zu tun Oder Oder was Spieler Oder Oder sonst wer Einflüstert Dafür sprechen hier alleine schon Die fünf Suspendierungen Die es in dieser Saison gab Die hat sich ja keiner ausgedacht Die 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 haben wir auch nicht zu Zu verantworten Wenn ich jetzt wir sage Dann packe ich jetzt ausnahmsweise Mal uns Medienschaffende Mal alle in einen In 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 Sondern die sind ja Das ist ja wirklich etwas Was der Verein intern Produziert hat So wir hatten Ralf Fährmann Wir hatten Timo Baumgartel Zum ersten Mal Wir hatten Thomas Ovejan Nach seiner heftigen Kritik Oder nachdem er da in Düsseldorf Nach seiner Auswechslung So ein bisschen Durchgedreht ist Wir hatten Timo Baumgartel Zum zweiten Mal Und wir haben jetzt Dominik Drexler Alles in einer Saison Die übrigens auch noch nicht zu Ende ist So Das ist schon eine bemerkenswert hohe Zahl Und ein Ein sicheres Indiz dafür Dass Dass man eben doch nicht so Zusammenhält Oder dass man eben nicht doch so ein Verschworener Haufen ist wie Kenan Karaman Das da demonstrieren wollte Die Wahrheit Denke ich mal Bei dieser ganzen Geschichte Die liegt irgendwo in der Mitte Wie so oft Die sind sich sicherlich Nicht alle grün Da gibt es jede Menge Reibungspunkte Was sich angesichts Des Schalker Saisonverlaufs Im Grunde auch für normal Halt Ich würde es fast Also mich würde es schon Sehr überraschen Wenn du so eine Katastrophensaison hinlegst Und es ist eine Katastrophensaison Es bleibt auch eine Weil du einfach Dein Saisonziel Von Anfang an Nicht ansatzweise Hättest erreichen können Weil du immer Unten drin gehangen hast Also mich würde es überraschen Wenn die sich da In dieser Kabine Jeden Tag in den Arm legen Weil die sind natürlich An sportlichem Erfolg Interessiert Den haben sie nicht Also gibt es da Reibereien Ist doch ganz klar Es gibt unzufriedene Spieler Dass Dominik Drexler Unzufrieden ist Ist für mich doch Völlig logisch Selbst wir in unserer Freitagstruppe Wenn da einer Nicht auf seine Einsatzzeiten kommt Ist der sauer Dann fliegen aber Keine Choco Shakes Weil die stehen Bei uns nicht rum Dann würden eher Bierflaschen stehen So wie sich In einer Fußballerkabine Eigentlich auch gehört Nein Das war jetzt ein Spaß So Also Da ist eine große Unzufriedenheit Ob man die Kabine Jetzt zerrüttet nennt Oder wie auch immer Das ist ja Kein geschützter Begriff Der eine empfindet Das als zerrüttet Der andere Empfindet das als zerrüttet Es gibt ja auch noch Der Trainer hat die Kabine Verloren Das war ja auch noch So Das war auch ein Thema Und das wäre dann Für mich im Grunde Eine zerrüttete Beziehung Zwischen Mannschaft Und Trainer Wenn ich Das Gefühl hätte Ich sehe da eine Mannschaft Auf dem Platz Die Bei denen sehe ich Dass die sich nicht Dass die sich nicht mögen Die helfen sich nicht Wenn der eine Zweikampf verliert Ist der andere Ist der andere Nicht da Sondern lässt Ihn im Stich Es gab solche Spiele Das führe ich aber Nicht auf Auf Ein zerrüttetes Verhältnis Zwischen den Spielern Zurück Sondern einfach Dadurch Dass es einfach Nicht stimmte In der Raumaufteilung In der Zuordnung Und dass die Mannschaft Gegen den Trainer spielt Das sehe ich schon mal Gar nicht Habe ich Aber auch nie gesehen Nicht in den Spielen Vor Nürnberg Und auch jetzt Gegen Nürnberg Schon mal gar nicht Ich halte das sowieso Immer für Ich weiß gar nicht Ob es das überhaupt gibt Dass das Mannschaften Gegen den Trainer spielen Wir haben ja Können wir vielleicht Schon mal darauf hinweisen Ein bisschen Werbung machen Wir möchten ja am Ende April Am 2. Mai Jetzt sicher zum 40. Mal Das 6 zu 6 Der Schalker Dieses Sensationsspiel Gegen die Bayern Da haben wir Da freuen wir uns Auf einen Ein Podcast Oder Vodcast Mit Olaf Thon Und Matthias Schipper Die beide damals Mitgespielt haben Freue ich mich super drauf Weil das ist ein super Thema Natürlich Die können wir ja mal fragen Sind ja zwei Profis Mit allen Wassern gewaschen Die können wir ja mal fragen Geht das überhaupt Gegen Trainerspielen Gibt es sowas Erzählt mal ein bisschen Aus eurem Profileben So Also Für mich wäre das alles zerrüttet Wenn ich das Was ich an Befindlichkeiten Glaube Was es da gibt Zwischen den einzelnen Spielern Wenn sich das auf dem Rasen Widerspiegeln würde Dann wäre es für mich dramatisch Aber das sehe ich nicht Und da war Nürnberg Einfach ein Gutes Beispiel für Aber auch die Spiele Schon davor Ich habe Oder hast du in Hannover Den Eindruck gehabt Da steht eine Mannschaft Auf dem Platz Die Die jetzt gar nicht mehr Miteinander können Paderborn vorher auch nicht Karlsruhe auch nicht Im Gegenteil Das waren doch jetzt Eigentlich die Spiele Die Wo man Wo man jetzt wieder Wirklich so ein bisschen Hoffnung Und Mut auch Schöpfen könnte Und Und wenn es dann heißt Was sicherlich so ist Was stimmt Dass der suspendierte Dominik Drexler Ein Spieler ist Der Einfluss hat Weil er eben Gut kann Mit den anderen Aufstiegsspielern Von vor zwei Jahren Ja das Das ist dann halt so Natürlich hat er den Aber die Frage ist ja Was nutzt ihm Dieser Einfluss Wie weit geht Dieser Einfluss Einfluss Und Wenn dann Wenn dann Kollegen Berichten Dass dieser Einfluss So weit geht Dass Dadurch Karel Gerrads Die Kabine verliert Dann ist das Da ist das eine Eine völlig legitime Interpretation Aber auch nicht mehr Als eine Interpretation Jeder Jeder macht ja Aus dieser Basis Nachricht Dominik Drexler Es suspendiert Das ist ja die Nachricht Die du kriegst Da macht ja jeder Was anderes draus Jeder durchleuchtet Das dann ja Jeder von uns Will ja wissen Was ist da wirklich los Was ist da wirklich passiert Und dann Ziehst du halt Bestimmte Schlüsse draus Und Letztlich Was in der Kabine Passiert Das wissen wir Sowieso alle Nicht keiner von uns Ist dabei Das wissen wir Alle nur vom Hören sagen Der eine sagt das Der andere hört das Und jeder Der dir irgendwas erzählt Das ist auch immer Ganz gefährlich Der hat natürlich Sein Eigeninteresse Um dir Eine Geschichte Zu erzählen Weil der will ja Dass er möglichst gut Dasteht Oder Sein Spieler Sein Klient Oder wie auch immer So Also da musst du aufpassen Für mich Oder für uns Ist eigentlich Unsere Marschrichtung Marschrichtung Ist eigentlich immer die Wir gucken Was Was machen die Auf dem Platz Und ist da erkennbar Dass es in der Truppe Nicht stimmt Also ich teile Ich teile die Meinung Dass die Dass die Kabine Eine sehr komplizierte ist Dass die Dass die nicht einfach ist Thomas Reiß Ist ja im Grunde Auch schon daran geschaltet Das ist ja auch noch So ein Beleg Dafür Außer den Fünf Suspendierungen Dass da Dass da was nicht stimmt Dass die Zusammenstellung Generell Eine sehr unglückliche ist So Aber wie gesagt Ich Bislang Schätze ich die Truppe Zumindest so professionell ein Dass sie ihre Befindlichkeiten Ihre persönlichen Befindlichkeiten Außen vor lässt Und Hoffe Dass sie das auch Bis zum Saisonende Durchziehen Damit es nicht wirklich Dann zu der Abstiegskatastrophe kommt Und Letztlich ist Sowieso immer entscheidend Wie die Vereinsspitze Zum Trainer steht Wenn die Wenn die Vereinsspitze Am Trainer Keinen Zweifel lässt Dann können die Spieler Machen wir zu wollen Dann prallen die ab Wie an einer Wie an einer Wand Bestes Beispiel ist immer Rudi Assauer Und Hüb Stevens Du glaubst doch wohl Dass es auch Spieler gab Die unter Hüb Stevens Unzufrieden waren Die zu wenig gespielt haben Oder die sich Schlecht behandelt fühlten Oder wie auch immer Falsche Positionen Keine Ahnung So Wenn die aber zu Rudi Assauer Gegangen sind Und wollten sich beschweren Über den Trainer Hat der denen gesagt Mein lieber Freund Da ist die Tür Da ist der Ausgang Auf Wiedersehen Da gab es überhaupt Keinen Zweifel Dass Rudi Assauer An Hüb Stevens In welcher Zeit Auch immer festhalten würde Und wenn die Spieler Das spüren Dann ist irgendwann Auch mal ganz schnell Damit Schluss Nur auf Schalke Haben sie es halt In den letzten Jahren Da haben die Spieler Da hat die Mannschaft Natürlich immer Relativ viel Einfluss Schon gehabt Und insofern Freue ich mich jetzt Fast für Karel Gerrits Dass er offenbar Das Ganze jetzt auch Zu überstehen Scheint Und der Fall Dominik Drexler Ist ja Ist ja denke ich Auch dem geschuldet Dass Gerrits Jetzt im Abstiegskampf Wir haben noch Fünf Spiele vor uns Wir sind mitten im Endspurt Vor Drexler Suspendierung Waren sechs Der Trainer Sagt sich doch jetzt auch Wir haben jetzt in dieser Saison So viel diskutiert Wir haben so viel lamentiert Wir haben so viel So viel nachgefragt Und darauf Rücksicht genommen Und wollten das machen Und dann wollten sie wieder das Und dann wollten sie das So ich muss jetzt aber Ich brauche jetzt aber Fünfzehn, sechzehn Leute Zu denen ich wirklich Hundertprozentiges Vertrauen habe Dass ich mit denen Jetzt den Weg Bis zum Saisonende Auch gehen kann Ohne dass wir links Und dass wir rechts gucken Sondern nur noch geradeaus Und wenn da einer bei ist Bei dem er das Gefühl hat Nee, also Dem traue ich das nicht zu Der ist mir zu Der bringt mir Vielleicht sogar noch Irgendeine größere Unruhe In die Mannschaft rein Oder noch mehr Unruhe Als ohnehin schon Ja, dann hat er sich eben entschieden Dann will ich nicht mehr Dass der im Moment Zu dieser Mannschaft dazugehört Dann soll der jetzt eben Mit der U23 trainieren Da ist Gerrits auch nicht Der erste Trainer Der das macht Und er wird auch nicht Der letzte sein Das hat es ihm auch schon gegeben Und als Trainer Muss er das machen Er hat nicht nur das Recht Sondern ja im Grunde dann auch Die Pflicht dazu Um sich die Truppe Nicht durcheinander bringen zu lassen Da habe ich viel zu viel geredet Ja, ich habe dich auch mal Durchsprechen lassen Weil das Thema ist ja auch Ein wichtiges Thema gewesen Und gerade auf Social Media Ist ja durch die Decke gegangen Also da waren ja viele Die einfach uns Pauschal als Verursacher der ganzen Unruhe Quasi genannt haben Also die Presse allgemein Es gibt so viele Informationen Es wurden so viele Informationen gedroppt Wo man sich natürlich fragt Woher wissen die das alles Warum ist es möglich Informationen aus der Kabine zu bekommen Und wenn man einmal eins zusammenzählt Dann ist es natürlich möglich Dass es jemanden gibt im Verein Der auch mal plaudert Also ich kann mir nicht vorstellen Dass Kollegen von uns Sich das ausdenken Das ist ja Quatsch Nein Das ist ja absoluter Quatsch Also da kenne ich keinen Da kenne ich keinen Der sich da irgendwas Aus den Fingern saugt Aber es ist so Wie ich gerade gesagt habe Du kriegst eine Information Also Leute Leute die plaudern Die gab es auf Schalke immer schon Und die wird es Jetzt hätte ich fast gesagt hoffentlich Aber nein Die wird es wahrscheinlich auch immer geben Die gibt es in anderen Vereinen wahrscheinlich auch Mein Gott Bei den Bayern Guck dir an was bei den Bayern los ist Wenn die mal eine Woche nicht in der Spur sind So das ist doch Das ist bei einem großen Verein wie Schalke Ist das so Und da Das Jetzt kann man das mögen Oder man kann es nicht mögen Aber es ist einfach unser Beruf An solche Informationen Zu kommen Ich habe neulich irgendwo noch Noch irgendwo auch gelesen Dann schrieb jemand auf Twitter Ja die Journalisten sollen noch mal aufdecken Wer der Maulwurf ist Naja Das wird schwierig Ne Das ist ja so Als wenn du Du gibst ja da einen Informanten Nicht preis Das funktioniert ja nicht Entscheidend ist immer Was du mit diesen Informationen Dann anfängst Und es Du hast gerade gesagt Das heißt dann Die Presse Also die Presse Oder die Medien Gibt es genauso wenig Wie es die Fans gibt Oder wie es Das sind doch alle Haben alle auch unterschiedliche Vorgehensweisen Du hast Wenn du Wenn du Wenn du eine Fanumfrage machst Dann kriegst du ja auch verschiedene Verschiedene Meinungen So ich sag ja auch nicht Die Ärzte Oder die Busfahrer Oder die Die Lehrer Oder wie auch immer Keine Ahnung Es gibt ja Es gibt ja immer Unterschiedliche Personen In diesen Berufsgruppen Bei uns genauso Und es gibt Unterschiedliche Zeitungen Unterschiedliche Medien Die einen haben eben Ganz große Titel Haben ganz große Schlagzeilen Eine Boulevardzeitung Berichtet anders Über Schalke Als wir beispielsweise Die berichten wieder anders Wenn du Wenn du Wenn du nur einmal In der Woche Über Schalke berichtest Dann hast du sowieso Dann eine ganz andere Herangehensweise Wir berichten täglich darüber Wenn der Spiegel Über Schalke berichtet Dann weißt du Jetzt ist richtig Theater Jetzt geht es Jetzt geht es Richtig los Und es ist doch Im Grunde auch schön Dass es so eine Medienvielfalt gibt Stell dir mal vor Wir würden alle Das gleiche schreiben Würden alle das gleiche Berichten Wäre ja eine Katastrophe Und bewusst Unruhe reinbringen Der Vorwurf Den ich dann Den ich dann auch immer höre Naja Also für die Für die Unruhe Selbst ist schon Ist der Verein Im Grunde schon selber Schon selber Verantwortlich Da haben die schon Da haben die schon Einigermaßen Großes Talent zu Aber wie gesagt Das ist alles Jeder Jeder interpretiert Dann die Informationen Die er bekommt Anders Und das Schöne ist ja Dass sich jeder Seine Informationen Von denen Die es lesen Die es hören Oder die es Die es sehen Kann sich dann ja Kann sich dann ja Kurzer bleiben Bei dem Thema Also das haben wir Also das haben wir jetzt Chefs die sagen Und wenn das so stimmt Diese ganze Geschichte Mit Karel Gerrits Ja die Geschichte Die versuche ich gerade noch Zu rekapitulieren Er ist also Er hat erst vor Wut Einen Shake geworfen Also die Geschichte Hat sich dann geduscht Ist in den Bus gegangen Hat was vergessen Ist nochmal in die Kabine Zu holen Und dann hat er Noch einen Shake geworfen Also diese Rückkehr Und den Den zweiten Shake Wurf Den kriege ich noch Nicht so richtig Der erste Shake Hat wohl noch nicht So ganz gefruchtet Okay Wenn ich Die Begründung Wenn sie denn so stimmt Dominik Drexler Ist Also das habe ich gelesen Gehört Dominik Drexler Ist ja Nicht ohne Grund Wütend geworden Also er hat sich wohl Darüber wohl pikiert Dass die Zufriedenheit Bei Mannsspielern Wohl so groß war Nach dem 1 zu 1 Dass ihm das nicht gereicht hat Dass er eigentlich gesagt hat Mensch Kinder Wir haben einen ganz anderen Anspruch Wir können doch nicht mit dem 1 zu 1 Wir können es doch da nicht aufruhen Da muss ich doch sagen Hey Da hat er doch recht Dass er einen Becher wirft Mit Schoko Oder was weiß ich Was es jetzt letztendlich war Ist vielleicht dann eine Spur zu viel Aber ich glaube In so einer Situation Würde ich dann Wenn diese Geschichte so stimmen würde Noch sagen Klar Recht hat er Ich stimme ihm da in der Sache Sogar zu Du konntest eigentlich Nach dem 1 zu 1 In Hannover Nicht zufrieden sein Bei ihm kommt ja sicherlich auch dazu Dass er aber ja mit der Gesamtsituation Unzufrieden ist Und da spielt seine eigene Rolle Natürlich auch Mit hinein Ob wir das Nachvollziehen können Oder nicht Ist aber ja im Grunde auch Völlig Völlig uninteressant Es geht ja darum Wie der Trainer Die Sache bewertet Und er hat sie bewertet Und glaub mir mal Wenn Karel Geratz der Meinung wäre Dominik Drexler Könnte im Abstiegskampf Sportlich Weiterhelfen Oder wäre unersetzlich Dann hätte er den nicht suspendiert Also ich denke mal Weil das Karel Geratz schon weiß Was er tut Was auf deine Dann auf deine Frage Um die zu beantworten Ich kenne Karel Geratz Jetzt zu kurz Und nicht gut genug Um zu wissen Wie er die Sache bewertet Ob er nachtragend ist Also ob die sich Jetzt so spinnefeind sind Dass Dominik Drexler Hier in der nächsten Saison Gar nicht mehr Gar nicht mehr auftauchen braucht Oder ob Geratz sagt So komm Das galt jetzt für diese Saison Und jetzt neues Spiel Neues Glück Und wir setzen uns zusammen Und ich sage dir jetzt mal Klipp und klar Was ich von dir erwarte Und was ich nicht von dir sehen will Und fing ja mit Drexler Schon lange vorher an Geratz hat ihn ja Hat ihn ja wegen seiner Trainingsleistung Öffentlich gerügt Und kritisiert Da weiß Geratz ja auch Welche Wirkung das hat Das macht er ja nicht Weil er gerade Lust dazu hat Sondern Der hat ja schon Ein bestimmtes Ziel damit So Und dass die sich dann Wirklich hinsetzen Und sagen Also ich halte beide Für intelligent genug Dann einfach zu sagen So pass auf Ist blöd gelaufen Letzte Saison Und Aber jetzt ist nun mal so Du hast jetzt hier noch mal Ein Vertrag Ich bleibe auch hier Also müssen wir jetzt Irgendwie sehen Wie wir mit der Situation umkommen Wie wir mit der Situation Klarkommen Mach du das und das Und dann Bin ich auch bereit Dass du hier wieder Ein ganz normales Mitglied der Mannschaft bist Da bin ich auch mal gespannt Aber ist natürlich eine Sehr ungewöhnliche Konstellation Aber wir wissen Ja eben beide Jetzt überhaupt noch gar nicht Bleibt Geratz überhaupt Und wie sich das Ganze Wie wird sich das Ganze so entwickeln Die Frage Die Frage die sich dann aber noch Im Anschluss stellt Falls Geratz geht Ist ja klar Dass auch ein Dominik Drexler Ganz normal wieder zurückkommt Aber wenn dann wirklich Was dran ist Das ein Unruhestifter ist Macht es Sinn Hängt alles vom Diesen Begriff Unruhestifter Den finde ich auch Solange ich nicht Tausendprozentig weiß Was Was da während der ganzen Saison Jetzt wirklich passiert ist Bin ich mit dem Begriff Eigentlich Eigentlich auch so ein bisschen Vorsichtig Also ich glaube Dominik Drexler Sieht sich überhaupt nicht Als Unruhestifter Der wird das wahrscheinlich Auch wieder ganz anders Interpretieren Dass Wenn Sollte Geratz jetzt gehen Wir reden jetzt Von dass er gehen sollte Und ein neuer Trainer kommt Dann muss das auch Der neue Trainer Muss das bewerten Der kann natürlich Wird sich vielleicht Mit Geratz unterhalten Wird sagen Hör mal was war da los Warum hast du den Warum hast du den suspendiert Ist doch eigentlich Ein guter Fußballer Was ist da vorgefallen Und dann wird Geratz Ihm das sagen Und dann wäre das Sache Eines möglicherweise Neuen Trainers Dann zu beurteilen Ne Hat keinen Zweck Also ein Spieler Der sowas gemacht hat Der passt Der passt nicht Und Vielleicht sagt er aber auch Naja okay War eben der Der damalige Situation Geschuldet Dass Geratz einfach Auch ein Signal Vielleicht setzen wollte Bis hierhin Und nicht weiter Und Kriegen wir schon wieder hin Hängt ja auch davon ab Ob der mögliche Neutrainer Wir reden jetzt schon viel Hier im Konjunktiv Ob der mögliche Neutrainer Vielleicht sogar Erfahrung Mit solchen Fällen hat Keine Ahnung Ob der überhaupt Auf Drechsler Als Spieler Steht Das sind alles Dinge Die bei so einer Entscheidung Dann sicherlich Da irgendwie mit Mit reinfließen Thema Ende Liebe Leute Wir haben noch eine Umfrage Die Frage Die wir heute erst Online gestellt haben Direkt quasi nach der Pressekonferenz Ist die in unserem Artikel Eingeflossen Und da gibt es jetzt auch Erste Zahlen Und die Frage lautet Was ist für den SN4 gegen Elversberg drin Da haben Das ist ganz erstaunlich 110 User waren jetzt schon Auf der Umfrage dabei 62% 62,5% Ein Unentschieden Wäre eine gute Leistung Also klare Deutlichmehrheit Dann kommt Auf Platz 2 37,5% Wer jetzt schnell Im Rechnen ist Sagt Da kann ja nur noch 2 Kommt Ist ja 100% Ne da kommt noch ein Punkt Auswärts wieder Auf dem Damm 3 Punkte Also knapp 40% Und ich habe noch Einen dritten Punkt Keine einzige Stimme Bis jetzt 0% 0 Punkte Auswärts bleibt Schalke Schwach Also das Vertrauen Ist schon mal bei den Ersten 110 Usern Die auf unserer Seite waren Da Und die haben sich Nicht getriggert Gefühlt Die holen nichts Gegen Elversberg Also auch da Ist die Stimmung Positiv Auch wenn Elversberg Den Tabellenführer Gestürzt hat Das ist nur eine Aussage Die man einfach So stehen lassen kann Schön Ja wird ja auch Langsam mal Zeit Wir dürfen ja nicht Vergessen Trotz des Unentschiedens In Hannover Schalke ist glaube ich Nach wie vor Letzter der Auswärtstabelle Kann ich sofort nach Ich glaube sogar Schau mal nach Ich glaube immer Aber muss ja Sie haben ja nur Was heißt nur Sie haben ja nur Einen Punkt geholt Genau Ja doch Die werden noch Letzter der Auswärtstabelle Sagen ja Wir gucken mal hier Hin und Rückrunde Heim und auswärts Da haben wir doch schon Die Tabelle Und da ist die Auswärtstabelle Ja Schalke auf Platz 18 mit 8 Punkten Ja Zweiter Vorletzter Eintracht Braunschweig 9 Punkte Osnabrück 10 Punkte In Osnabrück Spielen wir Das heißt Mit einem Sieg Könnten wir Osnabrück überholen Da sind wir definitiv Nicht mehr letzter Wenn nicht was Schon Gegen Elversberg Passiert Die sind auswärts Übrigens auf Platz 5 Die haben auswärts Mehr Punkte geholt Die sind zu Hause Auf Platz 16 Genau Die haben auswärts Mehr Punkte geholt Als zu Hause Ja Dieses Kunststück ist Allerdings auf höherem Niveau In dieser Saison Nur Fortuna Düsseldorf Geglückt Die haben auswärts Auch mehr Punkte Als zu Hause Ja Das ist aber tatsächlich Sehr hohes Niveau Bleiben wir bei Elversberg Hab ich ja gesagt Ja 18 Punkte Entschuldige bitte Entschuldige Der sich in der Tabelle Auch ein bisschen Immer noch nach oben Guckt 18 Punkte Für Elversberg Zu Hause Ja Macht 5 Spiele Gewonnen 3 Unschieden 6 Niederlagen Und auswärts Ja Platz 5 Wahnsinn 6 Punkte 6 Spiele Gewonnen 3 Unschieden 6 Niederlagen 21 Punkte Eins davon auf Schalke Eins davon auf Schalke Also auch da Stimmt ja Das stimmt ja positiv Für den FC Schalke Also wenn ihr das hört Liebe Leute Wenn ihr das noch nicht Von eurem Trainer Gesagt bekommen habt Auswärts Zu Hause Sind die nicht so stark Wir aber leider auch Nicht auswärts Das kommt leider dazu Aber das kann sich ja Jetzt ändern Wir sind ja positiv Und es könnte ja auch Tatsächlich sein Dass man gegen Hannover Dann doch mal gemerkt hat Ja Mensch Wenn wir doch mal Ein bisschen Gas geben Und vielleicht mal Den Angsthasenfußball Zu Hause lassen Oder im Bus wenigstens Da kann ja was funktionieren Und es wäre ja Wirklich möglich gewesen Du hättest ja Diese drei Punkte Mitnehmen können Ja absolut War ja in Hannover War es ja auch Kein Angsthasenfußball Da haben sie eigentlich Richtig gut Richtig gut gespielt Das Tor War natürlich Extrem Extrem unglücklich Ja Jetzt also Irgendwann Man muss ja alleine Schon mal aus mathematischen Gründen Jetzt mal Diese Sikloserie Auswärts reißen Und Vielleicht Vielleicht sogar ganz gut Psychologisch Wenn man so will Dass das Ja nach dem Jetzt gerade nach dem Sich Gegen Oder in St. Pauli Es ist Elversberg Ja so komisch Das klingt ja Für viele jetzt Fast sogar schon Der Favorit Gegen Schalke Was man sich ja vor Vor ein paar Jahren Auch noch nicht hätte Vorstellen können Rückrundentabelle Haben die jetzt schon 40 Oder Der SV Elversberg Hat genau 39 Punkte Also wären dann Wenn man die Saison 17, 18 Zu Buche führt Auch noch Abschiedskandidat Jetzt kommt Klugscheißer Wissen Oh je Jetzt bin ich gespannt Die SV Elversberg Ja Sport oder Spielvereinigung Auf jeden Fall Vereinigung Die Vereinigung Ja Ja so viel Muss Zeit Muss sein Muss ja alles Eine Richtigkeit haben Ja Gucken wir nochmal Auf die Tabelle Es sieht echt gut aus Wenn du guckst Zwölfter Platz Guckst du dann Auf die Punkte Ist es dann schon schwieriger Aber das kann sich ja Alles am Wochenende ändern Ich könnte jetzt noch Ein paar Beispiele machen Und ein bisschen rumspielen Und sagen Was wäre denn Wenn die Konkurrenz Wieder so verlieren würde Oder keine Punkte holt Wie im vergangenen Spieltag Und Schalke als einziger Es reicht dann immer noch nicht Es wird dann immer noch Schalke hat alles In der eigenen Hand Ja Das ist auf jeden Fall Wir sind auf keinen angewiesen Wir müssen jetzt sehen Dass sie ihre Weiß ich nicht Wie hast du gesagt Drei bis sechs Punkte Ja ich war bei drei Punkten Bei drei Aber ich bin mir natürlich auch Mir ist es lieber Die holen jetzt mehr Punkte Und ich habe da auch Keinen Bock darauf Dass Schalke Sicher gerettet ist Aber auf Platz 15 steht Na dann hast du ja Dann schon mal den Nachteil Dass du Bei der Auslosung Für den DFB-Pokal Im Amateur-Topf landest Und ich habe keinen Bock Eine erste Runde Gegen Bayern Oder so Das wäre der absolute Tiefpunkt Ja Also So viele Ziele müssen die haben Mindestens Platz 14 In mir schwebt ja tatsächlich Immer noch So ein versöhnlicher Einstelliger Platz Obwohl die neun Die mag ich ja gar nicht so Also müsste es Platz 8 werden Dann würde sich Mit dem Amateur Mit dem Los im Amateur-Topf Würde sich für Schalke Der Kreis schließen Sie haben ja Vor dieser Saison Haben Sie ja das Los Ja Aus dem Amateur-Topf Mit Eintracht Braunschweig Gezogen Ja ja Ne das wollen wir nicht Dieser Kreis soll offen bleiben Ich habe das bis dahin Gar nicht gewusst Dass der Dass der 15. Der 2. Liga In den Amateur-Topf kommt Ich habe mich nämlich gewundert Hab gesagt Braunschweig Kann doch gar nicht sein Das fechten wir sofort an Ja ja Ich erinnere mich An diese Berichterstattung Und das dann auch Ja gut Tatsächlich Also großes Ziel Nicht abzusteigen Und dann nicht 15. Zu werden Obwohl Wenn du dann In der ersten Runde Gleich Bayern weghaust Ist ja auch ein Statement Ja Oder Oder Gleich das Derby Mir wäre alles recht Auf jeden Fall Wir hätten auf jeden Fall Heimrecht Auf jeden Fall hättest du dann Heimspiel Das wäre ja Das wäre gar nicht schlecht Das wäre gar nicht schlecht Mein Lieber Also großes Ziel Großes Ziel Platz 15 Platz 15 Und dann Derby Gegen Borussia Dortmund Und da muss man ja Neidvoll Glaub ich anerkennen Also Ich kriege die Berichterstattung Nicht ganz so mit Weil es mich wirklich Nicht interessiert Ist falsch Ich habe natürlich ein Ohr Und ein Auge auch da Gehört ja nun mal dazu Aber Tatsächlich habe ich immer So im Hinterkopf Terzic Ist angeschlagen Und soll weg Und in der Liga Hat es ja dann auch nicht geklappt In der Liga haben sie sich jetzt gefangen Und jetzt stehen sie im Halbfinale In der Champions League Und das ist Also wenn ich in meine Wie sagt man In meine Twitter-Bubble gucke Da verirren sich manchmal auch So ein paar Dortmunder Tweets Dann lese ich eigentlich Wenn ich das mal zusammenfasse Ist jetzt nicht meine persönliche Meinung Ich fasse das zusammen Ich habe keine Meinung Weil ich kann mir da kein Urteil Darüber erlauben Dann ist Terzic eigentlich Die größte Vollkatastrophe Die Borussia Dortmund Jemals Als Als Trainer hatte Und dann habe ich auch Gestern Abend Geguckt Und habe dann gesehen 4-2 gegen Atletico Und Champions League Halbfinale Naja Davon träumen wir Schöne Katastrophe Und wie viele Jahre ist das her Als wir in der Champions League Fünf 2019 war glaube ich Das 0-7 bei Manchester City Ja Fünf Jahre Ja Schöne Zeiten Obwohl 0-7 gegen Das ist natürlich dann auch Nicht schön Nee und das war ja auch schon Die Saison Ein oder zwei Spiele später War Tedesco dann ja Weg Danach kam noch Diese schlimme Heimspiel Gegen Düsseldorf Oder war das davor War das vor Manchester Oder danach Ach jetzt weiß ich gar nicht Können wir alles Wo Schalke Wo Schalke Zuhause 4-0 verliert Und Stambouli Bekommt Die Kapitänsbinde Quasi abgenommen Von Von Fans Nach dem Nach dem Spiel Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Dunkel Ja War auch War auch kein schönes Ja Aber das ist schon wieder So ein Ding Wo ich dann sage Mein Gott Woher weißt du das noch? So präsent Naja Also so Na komm Das war schon Das war schon Ein Ja ja Natürlich Ein beeindruckendes Szenario Damals Ich weiß noch Tedesco ging Quasi vorne weg In die Kurve Spieler ganz betröppelt Dahinter Ansonsten habe ich von Schalker Verantwortlichen Keinen einzigen da gesehen Also da Wurde die Mannschaft Aber auch komplett Alleine gelassen Und dann wurde doch Stamboli quasi symbolisch Musste er doch seine Kapitänsbinde Abgeben Oder hat man ihm abgenommen Ja War irgendwie nicht so Nicht ganz so prickelnd Aber Zumindest etwas Was Hängen geblieben ist Wir haben gleich 90 Minuten Voll Wir haben gar keine Halbzeitpause gemacht Wäre natürlich auch noch Eine schöne Idee Dass man eine Halbzeitpause Irgendwas lustiges macht Könnte man auch mal machen Aber wir sind ja offen Für alles Wenn du sagst Was lustiges Dann wird mir ganz Blümerant Nein Liebe Leute Ich möchte euch noch mal ganz Ich wollte noch auf ein paar Kommentare eingehen Natürlich auch auf den Podcast mit Tine In der letzten Woche Da haben wir ja Jemand mit Quasi An unsere Seite geholt Die mal so ein bisschen Berichtet Auswärtsfahrten Was man da so alles erlebt Wie es im Vorfeld ist Wie die das alles so wahrnehmen Gerade wie die uns Wahrnehmen Als Presse War ja auch ganz interessant Und Ja Erstmal vielen Dank Ist ganz gut angekommen Ich hatte hier Mir die Kommentare Schon zurechtgelegt Und da war einer dabei Da habe ich gesagt Warum macht er das Er hat geschrieben Ich verstehe den Optimismus Optimismus Nicht mit Blick auf die Tabelle Wir haben in den letzten drei Spielen Sechs Punkte verschenkt Hat er recht Hat er recht Aber Man muss ja auch mal Die Gesamtsituation sehen Wie der FC Schalke 04 Sich in den letzten Spielen Auch im Spiel Verändert hat Und ich glaube Das muss doch ein bisschen Optimismus versprühen Und das ist auch Dann setzt das aber Diese Aufgabe Die ich mir auf jeden Fall Auf die Fahne geschrieben habe Auch in schlechten Jetzt kommt kein Charlie Neumann Dings In schlechten Zeiten Müsste der Schalke sein Nein Schade Großer Satz Ja wir können den ja sagen Charlie Neumann hat mal gesagt In guten Zeiten Müsste der Schalke sein Nicht in schlechten Oder umgedreht In schlechten Zeiten Brauchen wir Müsste der Schalke sein Nicht in guten Zeiten Aber ich habe es mir Für mich auch persönlich So ein bisschen Diese ganze Negativität Geht mir natürlich Und auch uns Natürlich auch Gegen den Strich Das ist belastend Wenn du immer negative Sachen berichten musst Das ist belastend Wenn du nach dem Spiel Dass du wieder Auswärts verloren hast Dahin gehen musst Du musst den Talk vorbereiten Du musst einen Artikel schreiben Und alles ist wieder Kacke Das ist nicht schön Auch wenn wir es berichten müssen Und auch die Tatsachen beschreiben So wie es ist Aber es ist einfach nicht schön Und darum versuche ich Auch immer wieder mal Ein bisschen positive Sachen Mit einfließen zu lassen Das finden manche Augenscheinlich Nicht ganz so gut Sagen nichts Optimismus Ja wobei ich denke Das bezog sich ja Rein auf sportlich Du kannst ja auch Du kannst das ja Wohl anerkennen Dass die Leistungen Eben besser geworden sind Und deswegen schreibt er Ja wahrscheinlich auch Aber Gerade deswegen Ist das so ärgerlich Dass wir eben diese Sechs Punkte verschenkt haben Ich denke mal Dass er oder sie Auch lieber Optimistisch Wäre Keine Ahnung Schalding Neumann Satz war übrigens In schlechten Zeiten Müsst ihr Schalker sein In guten Haben wir genug davon Genau Nur der Vormeiber Um es richtig zu stellen Dann haben wir noch Super Folge Ich fand das gar nicht so schlimm Dass ihr unvorbereitet Darauf losgequatscht habt Irgendwie erfrischend Das spricht für uns Unvorbereitet In dem Podcast Also tatsächlich Liegt es mir Persönlich ganz Na ziemlich weit fern Mir da ein Skript zu erstellen Aber so ein bisschen Vorbereitung ist glaube ich Für alle nicht schlecht Wenn wir wissen Von was wir quatschen Auch wenn es Themen gibt Wo wir dann sagen Der Mensch War Tedesco da Trainer Schon auf Schalke Oder war der dann noch Weitermachen Ich möchte euch noch Unsere E-Mail-Adresse Auch wenn die tatsächlich Fast gar nicht genutzt wird Warum auch immer Aber wenn ihr Fragen habt Wenn ihr mal mit dabei sein wollt Weil die so furchtbar sind Ja das stimmt Wir müssen da was ändern Ich glaube die längste E-Mail-Anschrift der Welt Schalke-Podcast Mit Doppel-T Weil wir ja der Podcast sind Atrecklinghäuser-Zeitung.de Und dann auch den Umlaut Und den Umlaut auch beachten Statt ä Ein A-E zu schreiben Also da könnt ihr Gerne kommentieren Ihr könnt Wie gesagt Ich werde auf Instagram Auf unserer Schalke-Seite Werde ich eine Umfrage einbauen Und da werde ich natürlich Auch den Podcast Verlinken Wenn er denn online ist Auf allen Podcast-Kanälen Ist er heute schon online Am Mittwoch Und dann wird er auch bei uns Morgen Vormittag um Neun Scharf geschaltet Ne Machen wir den heute noch Wie spät haben wir denn? 16 Uhr Es wird ein bisschen knapp Mit der Berichterstattung Also der ist dann morgen früh Online Aber auf allen anderen Kanälen Können wir den ja heute Abend Schon hören Und ihr könnt uns dann auch Auf YouTube sehen Und hören Da könnt ihr auch kommentieren Da gehen wir auch gerne mal drauf ein Und Grüße an alle Die immer fleißig schreiben Ich erwähne mal Von meiner Stelle Den Jürgen Der Jürgen Der schreibt mir Regelmäßig Der wird auch gerne mal Der will auch gerne mal Im Podcast mit dabei sein Und der steht so auf Abi Und da habe ich den Abi mal gefragt Ob er nicht auch mal Lust hat Im Podcast mitzumachen Und da haben wir gesagt Können wir mal eine gesellige Runde machen Kommt der Jürgen auch mit an Bord Viele Grüße Und vergiss nicht auf unsere tägliche Berichterstattung Auf den Seiten des Medienhauses Bauer Und der Ruhrnachrichten Ruhrnachrichten Da hast du natürlich recht Jeden Tag Frisch serviert Da gibt es keine Ruhepause Und keine Ruhephase Wir haben immer was zu berichten Jetzt aktuell auch wieder den Transfer-Ticker scharf geschaltet Es geht so langsam los Ist jetzt noch nichts Konkretes Aber da schwappt der eine oder andere Nachricht mal rüber Das nehmen wir natürlich auf Was da natürlich dran ist Das wissen wir selbst auch noch nicht Aber Namen, die gespielt werden Ich habe heute Morgen den Transfer-Ticker Die alten Artikel rausgenommen Da waren auch Namen drin Wo ich mir dachte Habe ich mir auch gedacht Irgendwie da stand glaube ich jetzt oben noch Cissé-Wechselnachwahrigem geplatzt Das war noch einer der letzten Aber es ist ja interessant Wenn du dir dann wirklich mal so einen Ticker Komplett von oben bis unten durchliest Wie viele Gerüchte Oder wie wenige von den Gerüchten Dann am Ende tatsächlich wahr werden Da ist also die Und da waren ja schon im Vorfeld mehrere gelöscht Weil sonst wird der Ticker ja ellenlang Und dann gibt es auch Probleme mit Google und SEO Also Freut euch wieder auf eine aufregende Zeit Ich sage ja auch immer Wenn die Saison vorbei ist Da fängt es erstmal richtig an Da hast du erstmal wirklich eine Berichterstattung Weil du permanent mit irgendwelchen Sachen konfrontiert wirst Da ist wieder ein Gerücht Da ist wieder ein Gerücht Da ist was dran Da ist was dran Also das wird definitiv spannend Auch nach der Saison Freuen wir uns auf den Klassenerhalt Aber erstmal hoffentlich Das glaube ich würde viele beruhigen Dann kannst du auch ein bisschen entspannter die EM verfolgen Und dann auch die Berichterstattung Der FC Schalke und der 4 Ja was wird denn alles passieren Wie viele Spieler werden gehen Wie viele Spieler werden neu kommen Gibt es einen neuen Trainer Wird es weitere Entlassungen geben Wird es weitere Umstrukturierungen geben Die wird es auf jeden Fall geben Aber in welchem Ausmaß Das wissen wir heute natürlich noch nicht Ich glaube wir haben heute so einen kleinen Rekord Also ich zumindest Einen kleinen Rekord aufgestellt Was die Länge des Podcasts betrifft Ja weil ich so viel gequasselt habe Du musst mich dann zwischendurch Unauffällig unterbrechen Du hast mich heute zweimal korrigiert Das nimmt natürlich auch Zeit im Anspruch Ja aber wir müssen ja Wir müssen ja die Dinge auch sachlich aufbereiten Und beim Schalke Neumann Als wollte ich den nur ein bisschen Nur ein bisschen unterstützen Und unter die Arme greifen Das hast du sehr gut gemacht Ich würde jetzt so langsam Leise die Musik einspielen Bedanke mich für deine Zeit Es ist ja wirklich Ja es ist Ein ganzes Fußballspiel Ein ganzes Fußballspiel Was dann flöten geht Die Zeit die du dir nimmst Um mit unseren Usern quasi Oder unseren Usern mal einen Einblick zu geben In unsere Arbeit Wie du es ja heute gemacht hast Oder einfach mal die Sachen zu erklären Wie wir mit der ganzen Sache umgehen Was zum Beispiel die Berichterstattung Über den FT Schalke 04 angeht Norbert Danke Danke dir auch Wir hören uns in der nächsten Woche Nach dem Spiel gegen Elversberg Ist ja am Freitag Vielleicht treffen wir uns ja in der nächsten Woche Ein bisschen früher Vielleicht wieder am Dienstag Muss man mal gucken Wie wir das regeln Der Trainingsplan Kann ich jetzt schon sagen Montags wird wahrscheinlich Ganz normal trainiert Dienstags auch Weil Freitag ist ja schon Samstag Vielleicht auch Sonntag frei machen Wenn sie sich belohnen Wegen einem großartigen Auswärtserfolg Beim SV Bei der SV Elversberg Sehr gut Sehr gut Norbert Danke und Glück auf Danke Glück auf Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020